Deutschlands beste Tankstelle 2019 Durch den Umbau im September 2017 wurde der Classic Tankstelle in der Ferderstraße 217 in Achim ein Erscheinungsbild gegeben, dem sich auch die Jury nicht entziehen konnte. Die Shop-Experten waren von der Perfektion dieser Tankstelle schlichtweg begeistert. Von der einladenden Optik über das richtig dimensionierte Shop-Angebot bis hin zu den Bistro-Angeboten, bei denen sich auch Matschbrötchen als besondere Delikatesse finden, gehen die Tankstellenbetreiber Claudia und Klaus Mayer perfekt auf ihre Kundschaft ein. Ein großes Plus ist das positive Engagement und die Freundlichkeit der Mitarbeiter, die für eine einladende Atmosphäre sorgen und den perfekten Eindruck abrunden. Die Jury sagt, hier wurde einfach alles richtig gemacht und die Mitarbeiter leben das Konzept. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017